Weiter geht's mit einer neuen Folge Saw 2 Flash and Blood. Wir sind immer noch hier in diesem Heizungsraum. Hier drüben ist der tote Barry und wir müssen hier hin, an den Sicherungskasten. Der mich wahnsinnig machen könnte. Okay, warte mal, wie könnten wir das hier drehen? Moment, Moment. Okay, das war leicht. Oh, warte, wie bekomme ich den hier hin? Einer fehlt. Okay, warte, den hier hoch. Den so, den so. Nee, 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 Moment. Den hier nach unten. Den hier hin. Jetzt bekomme ich ihn nicht nach oben. So, machen wir den hier hin. Unten rum. Jetzt habe ich hier Strom und schon gelöst. Ja, sah so extrem schwierig aus. War es dann aber gar nicht. Alles klar, wir haben hier die Lüftung. Na dann, Beeilung. Wir müssen hier drüben hin. Wie komme ich denn hier rein? Ach, hier waren wir ja schon drin. Stimmt ja, hier habe ich ja die Drogen mitgenommen. Stimmt, hier war ich schon drin. Und jetzt hier nach oben gehen. Waren hier Drogen? Nee, hier sind keine Drogen. Die ewige Suche nach den Drogen. Michael ist seine einzige Motivation hier drin. Es könnten noch mehr Drogen hier auf uns warten. Wow, 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 wow. Komm schon. Okay, die Dinger hier kriegen uns nicht. Ah, ah, kein Problem für uns. Stolper fallen. Nicht in Sword 2. Okay, die verdammte Presse. Also, wie drehen wir das Ding hier? Hier muss alles rot sein. Gut, dann müssen wir das Ganze so machen. Das hier muss so hin. Und wir haben es. Und jetzt nichts wie raus hier, Michael. Alles klar, sehr gut. Ich dachte schon, wir werden hier eingequetscht. Okay, hier durch. Oh nein, hier drüben könnte Gas sein. Wieder Gift. Oder nur Dampf. Wir werden es rausfinden. Ja, ist ja gut, meine Güte. Wieso sind hier alle Menschen so extrem angepisst? Alle sind genervt. Alle hassen mich. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Alles klar. Hier drüben, die Tür ist zu. Und sie dreht hier den Hahn zu. Okay, kommen wir hier durch? Ist das eine Falle? Nein, wir kommen hier durch. Sehr gut. Es sah nämlich eben gerade ziemlich eng aus. So, das nächste Ventil. Wenn ich die Dame bitten darf. Und hier ist wieder jede Menge Säure. Immer diese Säure. Industrie-Säure. Wo findet der Mann nur solche Läden? Okay, wir müssen wieder hier hin. Was haben wir hier drüben? Ein Globus? Oder was genau soll das hier sein? Hm, keine Ahnung. Okay, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das hier ist. Blau. Blau miteinander verbinden. Also, wir legen mal los. Blau. Okay. Moment. Moment. Wir drehen das Ganze mal hier. Nee, so geht es schon mal gar nicht. Das muss also so sein. Anders geht es nicht. Der nächste Ring. Der nächste Ring. Muss dann. Muss dann. So sein. Ja. Und dann hier. Der nächste. Den müssen wir einmal hier so rum. Und jetzt. Haben wir es doch. Wir haben es doch gelöst, oder? Ja, hier drüben. Grün. Grün bedeutet, wir haben es gelöst. Die Dame hier kann weitergehen. Okay, hier war ja die Lösung. Immer schön umsehen. Ist ganz wichtig hier in Saw. Alles klar. Jetzt kann ich hier weitergehen. Das nächste Ventil. Und wir sind wieder vereint. Und wir sind wieder vereint. Ich bin schon mal. Wir haben das. Oh, mein... Was? Das heißt, es ist nicht liebred. Das heißt, es ist nicht liebred. Es ist nicht liebred, was er solltet. Das heißt, er hat mich gebrochen. Was zur Hölle? Ganz ehrlich, wie schnell ist denn hier der Schweinebeermann? Und ich wollte eben gerade Sarah fragen, ob wir Liebe machen wollen. Denn natürlich, ich fühle so ein bisschen die Erotik zwischen uns. Der Mann redet von Henry. Als würde ich Henry irgendwie noch verteidigen oder retten wollen. Der Mann ist mir noch scheißegal. Der Mann ist mir selbst. 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 Ich habe ein Tape, wo ich wirkliche, was wirklich passiert ist, in Jigsaw's Workshop. About ignoring police procedure. Wie konnte er das zu mir? Mein eigenes Son. Der Mann hat wirklich alles verloren. Familie, Beruf, Freunde. Eine arme Sau. Wirklich, eine arme Sau. Und jetzt bin ich hier wieder gelandet. Habe ich jetzt hier einen neuen Weg? Geht irgendwas auf? Denn wir wollen ja eine Fremde retten. Ach ja, richtig. Wir können jetzt hier den Fahrstuhl nehmen. Waren wir hier schon? Okay, hier müssen wir auch noch hin. Ich habe die Zeit verloren. Ich habe die Zeit verloren. und leidisch auf der Kauche. Aber ich habe gerade eine alte Magazine, ein paar Minuten vorhin, auf der Kiste. John Kramer wurde der Mann des Jahres für seine Filanthropische Arbeit. Ich kann nicht Gigsaw einfach gehen lassen. Leute wie John Kramer und Jill Tuck haben ihre Leben helfen Menschen. Und was mache ich? Ich trinke mein Leben weg. Ich habe mich nicht gelandet. 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 Okay, jetzt mal ganz ehrlich. Wie können alle David Tab hassen? Der Mann ist ein verfluchter Held. Die Welt hat ihn gefickt. Und er wollte immer weitermachen. Er wollte diesen Bastard endlich stellen. Tja, und sein Vorbild war John Kramer. Welche Ironie. Wenn er nur wüsste, wer John Kramer wirklich ist. So. Du hier. Wie machen wir dich? Erstmal hier hin. Das kann nicht funktionieren. Obwohl es muss ja so gehen. Hier hin. Hier nach unten. Und hier rüber. Und. Na, es war dämlich. Toll. Warte mal. Also. Ich könnte das Ding hier auch nach oben lenken. Dann habe ich es hier. Dann schicke ich es hier nach unten. Nach unten. Nach unten. Nach unten. Nach unten. Nach unten. Ne. Das geht auch nicht. Nach oben lenken war keine gute Idee. Also. Hier hin. Jetzt mal bis hier drüben. Das ist gut. Und jetzt so rum. So. Gelb. Machen wir so. Sehr schön. Rein mit uns. Raus aus dem Regen. Und hinein in den nächsten Wahnsinn. Dann. Und. Dann. Oder. Dann. Also, wir brauchen hier eine Bombe. Oh, Strom. Strom. Und wir hören den Generator irgendwie hier drüben auf der anderen Seite. Ah, verflucht. Was war denn das schon wieder? Schon wieder Glas? Jedes Mal zuck ich zusammen. Weil man wirklich jedes Mal so ein bisschen Panik bekommt. Wenn man in so eine Scherbe reinrennt. Drogen. Toll. Ich habe Drogen gefunden. Na gut, rennen wir rein. Oh, hier müssen wir irgendwas mischen. Aber sonst kann ich sonst irgendwo hin hier drüben. Okay, wo finden wir die Materialien dafür? Ich muss irgendwas mischen. Nochmal rausgehen. Also, hier drüben müssen wir wohl die Rohrbombe zusammen mischen. Ah, hier. Ich kann hier durch. Okay. Autsch. Verdammt noch eins. Kann jemand mal durchfegen? Ey, die Dinger hier bringen mich um. Was genau sehe ich denn hier? Moment. Ein Pfeil. Ah. Wieder reingerannt. Ich bin schon ein Talent dafür. Alles klar. Ich muss hier nochmal reinrennen. Diesmal ging es gut. Was genau sehen wir hier? Ein Pfeil nach oben? Normalerweise sieht man ja ein Puzzle am Boden. Und dann kann man irgendwas bewirken. Wir brauchen auf jeden Fall Chemie. Das brauchen wir definitiv. Nochmal hier rausgehen. Denn jetzt kann ich ja hier hin. Und was genau finden wir hier? Nichts. Gut. So, ich komme nach oben. Der Pfeil nach oben. Ein Minispiel. Ein Minispiel. Und die Symbole hier ergeben Sinn. Denn ich wette, wir sehen irgendwas hier oben. Ja, genau. Genau sowas dachte ich mir schon. Dass das hier so eine Nummer wird. Was genau? Wie genau? Sollst du hier funktionieren? Also, der Pfeil hier oben. Dann hier in der Mitte sehen wir eine Pyramide. Nochmal ein Pfeil. Ein Kreis. Kann ich noch weiter nach oben gehen? Kann man hier irgendwie noch? Ne. Der Pfeil muss irgendeine Bedeutung haben. Kreis. Pfeil. Pyramide in der Mitte. Na gut, schauen wir uns das Ding hier unten nochmal an. Wir können hier jederzeit wieder hochgehen. Alles klar. Was haben wir hier? Wie soll das Ganze hier drin funktionieren? Den Pfeil, den wir gesehen haben, der weist uns die Richtung. Das Ganze funktioniert ja im Grunde wie eine Uhr. Also, wenn wir außen drehen, dann bewegt sich alles. Ich denke mal, die unausgefüllten Symbole sind die richtigen. Der Kreis war circa auf ein Uhr. Ein Uhr, zwei Uhr, drei Uhr. Ich denke mal, der Kreis war circa auf drei Uhr. Der Pfeil auf ein Uhr. Der hier war entweder so oder so. Eins von beiden. Nehmen wir mal das hier. Wie hatten wir den hier? Den hatten wir unten. Den hatten wir ziemlich weit unten. Okay, funktioniert nicht. Irgendwas stimmt nicht. Vielleicht doch der hier höher. War der hier auf elf Uhr? Oh yes, ich habe es gelöst. Mann, das war richtig schwierig. Also, das hier war eben gerade wirklich absolut schwierig, das Rätsel. Als Belohnung bekomme ich meine Drogen. Ja, wenn man sich eine Uhr vorstellt, dann funktioniert es. Aber das muss man sich erstmal alles merken können. Aber ich habe ein relativ gutes Gedächtnis. Amanda Anheuern. Amanda Young. Das war die, die die erste Prüfung von Jigsaw überlebt hat. Mit der Bärenfalle, die Drogensüchtige. Und es sollte ja kein Geheimnis sein, dass sie dann für John Kramer gearbeitet hat. Ihrem neuen Meister. Und wir kriechen. Oh, wie romantisch. Stacheldraht und Kerzenschein. Wie bei meinem ersten Date. Und Giftgas. Wie bei meinem ersten Date. Da drüben blinkt's. Blinken ist immer gut. Ah, der Weg zurück. Und jetzt können wir hier reinrennen. Da hinten sehe ich irgendwas. Gut, rennen wir los. Hinein ins Gift. Meine Lungen. Tja, deine Lungen tun weh, was? Oh, Drogen. Oh, nee. Moment. Schieb's hier rein. Also. So rum. So hin. Ähm. So. Moment. Schieb mal hier nach oben das Ding. Schieb mal weg das Ding. So. Warte, warte, warte. Entspann dich, Junge. Entspann dich. Es wird alles gut. Ah, Mist. Hier ist rot im Weg. So. Erstmal so hin. Jetzt kann ich den hier hinsetzen. Dann habe ich hier Strom drauf. Alles klar. Sehr gut. Moment. Hoch. Hier hin. Hier hin und. Na also, gelöst. Hui. Also langsam wird's schwierig. Langsam muss man nachdenken. Gehirnschmalz. Gut, springen wir mal runter. Das ist ja. Okay. Okay, das Minispiel hier drüben kennen wir bereits. Saw 1, Amanda Young, ihre Prüfung. Okay, von der anderen Seite verriegelt. Also, wo bekomme ich bitte schön die Chemikalien her? Ich brauche einen Nagel. Ich brauche hier noch einen Nagel. Den finde ich wahrscheinlich hier drüben, oder? Natürlich finde ich den hier. Was haben wir hier drin? Nichts. Also, ein bisschen rumnageln. Kein Problem für mich. Mach ich doch gerne. Und nach oben mit uns, nach unten mit uns. Und wir bekommen... Was bekommen wir hier? Toll, habe ich bereits. Gib mir irgendwas Neues. Ein Tonband. Ein Tonband. Ich war in der Körnerstelle und diese Frau fragte mich, ob ich eine 20. Es dauerte mir eine Sekunde, aber ich habe sie endlich kennengelernt. Sarah. Sarah Blaylock. Der Informant, die Amanda nach ihrer Verlust sah. Sie hat mich nicht kennengelernt. Sie hat mich nicht verletzt. Aber nachdem ich es war, ich konnte nicht stoppen. Sie hat mich verletzt, weil sie gefragt hat, was ich war. I came up with some cheesy line and she laughed. You know, we really hit it off. Now, if I was a cop, this would mean some breach of protocol, I'm sure. But I don't care about that right now. I'm just glad that when I get home at the end of the day, there's a little brightness there waiting for me. I haven't felt this way in a long time. Okay, die beiden hier haben wohl so ein bisschen zueinander gefunden. Aber er war ja deutlich älter. Ich denke mal, das war so eine Vater-Tochter-Geschichte. Nicht so eine Versaute, wie ihr denkt, sondern so eine normale. Gut, 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 gut. Na, Moment, jetzt hier drüben hin. So, hier bekomme ich die weg. Ah, ich hasse die Dinger. Ich weiß schon, wie sie funktionieren, aber es ist wirklich schwierig, erst mal sie so hinzuschieben, wie man sie haben will. Okay, das könnte gehen. Einmal hier und einmal hier. Speichern muss ich jetzt nicht unbedingt. Speichert ja eh immer automatisch. Gut. Dann springen wir. Auf der Suche nach... Chemie. Damit ich endlich hier oben meine Drogen mischen kann. Haben wir hier irgendwas? Nichts gefunden. Und hier drüben... Ammoniak. Ein verstecktes Imperium. Boah, nein! Komm schon! Ich hab ne verfluchte Axt. Wenn das nicht instant tödlich ist, weiß ich's auch nicht. Jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie kann die kaputt gegangen sein? Ey, die kannst du doch mehrmals verwenden. Und verdünner. Okay, ich nehm mir hier oben wieder die andere mit. Weil die ist ja wirklich one hit down. Der Base ist zwar auch nicht übel. Aber das hier ist ein bisschen besser. Ah, nochmal hier Drogen gefunden. Aber ich bin voll mit Drogen. Und kann auch keine mehr tragen. Ha, verstanden. Voll mit Drogen. Jo, wie geht das jetzt? Also... Moment, 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 Moment. Moment. Ähm... Mixen, okay. Drehen. Das kommt hier rein. Dann ist die Frage, Moment, kippt es irgendwie oder... Oder läuft es durch? Ich weiß es ja nicht. Weil dann wird das hier der richtige Weg. Ich kann die Dinger ja hier selber lenken. Dann würde das hier in Rot reingehen. Ich probiere es. Ah, die kippen. Toll. So war das irgendwie nicht geplant. Okay, die kippen. Jetzt weiß es. Gut. Alles klar. Ähm... Der kippt hier rüber. Putz. Schwupps. Also muss... Der so... Der so... Und fällt dann so. Und der so... Und fällt dann so. Probieren wir es. Ja. Ja. Und ja. Alles klar. Wieder blau. Er fällt so rüber. Er fällt wieder so hin. Und hier unten. Er fällt wieder hier hin. Gut. So. So. Und ist drin. Jetzt haben wir hier gelb. Gelb muss da unten gar nicht rein. Also. Gelb. Fällt hier hin. Ist im Grunde eigentlich egal. Fällt hier hin. So. Und... Jetzt bekomme ich wieder Rot. Also. Der. Fällt hier hin. Gut. Ähm... So. Fällt so rum. Fällt so hin. Sollte stimmen. Und wieder Rot hier. Alles klar. Weg damit. Yes. Wird ja auch Zeit. Hat ja lange genug gedauert. Wohin damit? Wohin wir. Und jetzt. Wohin wir? Ich hab keine Ahnung. Ich geh hier hin. Okay. War gar nicht mal so schlimm. Und wo bin ich hier schon wieder? Ich bekomme gerade so viele Drogen. Dabei brauche ich gar nicht so viele Drogen. Okay. Das ist definitiv eine Falle. Yep. Da bin ich mir sicher. Ja. Ja.